Hier präsentieren wir oben 5 beste Dampfreiniger Test. Lass uns anfangen. Liste zu starten Nummer 5. Der handbedampfreien Gear von Sichler überzeugt im Vergleich mit anderen Geräten diese Art vor allem mit seinem großen Zubehörsit, in welchem viele Spezialaufsätze bereits enthalten sind. Diese muss man somit nicht zusätzlich anschaffen. Hinzu kommt der besonders niedrige Preis des Geräts, trotz all dieser Extras. Der tragbare Dampfreiniger von Sichler Haushaltsgeräte hat eine Leistung von 1000 Watt. Der Dampfdruck des Dampfreinigers beträgt 3,2 Bar. Außerdem verfügt der Sichler über eine Dampfstufenregulierung. Nach nur 3 bis 5 Minuten Aufheilzeit ist das Gerät einsatzbereit. Die Größe des Wassertanks liegt bei 330 ml, was für einen Handdampfreiniger ganz normal ist. Nummer 4. Um glatte Flächen aller Art hygienisch sauber zu bekommen. Ist ein Dampfreiniger das richtige Gerät? Das vorliegende Modell von Clatronic eignet sich für kleinere Haushalte. Reinigt gründlich, hat allerdings etwas wenig Power und eine lange Aufheilzeit sowie einen hohen Verbrauch an Strom. Die Leistungsaufnahme des Clatronic Dampfreiniger DR 3280 beträgt 1500 Watt. Der Clatronic DR 3280 verfügt über einen maximalen Dampfdruck von 4 Bar, was recht viel Druck ist, um auch hartnäckigen Schmutz mühelos zu entfernen. Außerdem hat dieses Modell auch eine Dampfdruckregulierung. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Halbzeit unserer Liste Nummer 3. Der Kirchendampfreiniger SC3 sieht optisch wie ein ganz normaler Staubsauger aus und reinigt verschiedenste Oberflächen mittels Wasserdampf. Bei diesem Modell beträgt das Fassungsvermögen des Wassertanks einen Liter, wodurch längeres Reinigen ohne Unterbrechung möglich ist. Die Aufheilzeit ist, unter den sich derzeit auf dem Markt befindlichen Geräten, eine absolute Bischzeit. Der Griff zum klassischen Schruber ist nicht mehr nötig, da der Dampfreiniger quasi sofort einsatzbereit ist. Nummer 2. Ein Dampfmob, auch Dampfbesen genannt, ist handlich, leicht und somit einfacher zu verstauen. Der Wielder Stearm Dampfmob reinigt Böden aller Art, frischt Polstermöbel auf und beseitigt 99,99% aller Bakterien. Weiters verfügt dieser Dampfmob über eine Dampfregulierung, wodurch sich die Temperatur des Dampfes an die jeweilige Oberfläche anpassen lässt. Mit dem Wassertank von 400 ml lassen sich etwa 90 m Bodenfläche ohne Tanknachfüllung reinigen. Danach muss der Wassertank wieder nachgefüllt werden. Und die Nummer 1 unserer Liste. Der Kirche Dampfreiniger SC2 oder auch SC1020 genannt, sieht optisch wie ein ganz normaler Staubsauger aus und reinigt verschiedenste Oberflächen mittels Wasserdampf. Was dieses Modell auszeichnet ist, dass es universell sowohl im Haushalt, als auch für das Auto und im Garten einsetzbar ist. Mit dem Dampfreiniger SC2 hat Kirche ein sehr solides Dampfreinigereinsteigermodel mit einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis auf den Markt gebracht. Der Dampfreiniger ist auf allen Oberflächen einsetzbar, vor allem zeigt er seine Stärken bei der Bodenreinigung. Für mehr Informationen überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Danke, dass Sie unser Video, für mehr Aktualisierung, abonniere unseren Kanal.